Alli, hallo, meine lieben Homies, willkommen zu einer weiteren Tagesquest von Assassin's Creed. So, ich hab mit Reda gesprochen. Wir sollen auf jeden Fall den vermissten Arbeiter finden. Das Ding ist, ich versuch die ganze Zeit Videos zu machen mit Elgato, ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, ich mach ein Video, hör meine Stimme, guck mir das Video nochmal an, alles gut. Lad es hoch auf YouTube, aber meine Stimme ist nicht mit dabei. Also wundert euch nicht, wenn die ganze Zeit immer so kurze Videos kommen. Das ist einfach nur ein Test, bis das geklappt hat hier. Und da hinten ist auf jeden Fall schon mal der vermisste Arbeiter. Komm, Sehnung, findet ihr mal eben schnell. Ja, komm, da klatschen wir jetzt erst weg. Also echt voll komisch, ich verstehe das nicht. Ich mach ein Video, kann mir mein Video angucken, meine Stimme, alles am Start am PC. Dann lade ich jetzt bei YouTube hoch. Aber meine Stimme ist nicht da. Sehr, sehr komisch. Sobo, lass mal runter hier. Aber wir dann eine weitere Tagesgeschichte auf unsere Art wieder abgeschlossen hier. Verdammt, er ist am Schlafen, sagt er. Gehen wir schnell zur Räder. Sobo, gib mal Gas, lass ein Bohr alleine reiten hier. Das kriegt auf jeden Fall hin, dann kann ich noch ein bisschen zu euch quatschen. Er weiß, ich bin nicht multitaskingfähig, wenn ich einmal das hier und das hier macht, dann klappt das und das nicht. Ah, ist der Spaß. Auf jeden Fall ist das Wetter heute auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Zumindest ist echt, echt komisch. Ja, Gato ist geil. Mach richtig Laune. Ein Livestream hab ich damit auch nicht gemacht. Ich war noch nie auf YouTube und hab damit ein Livestream gemacht, sonst hab ich da meine Schärffunktion gemacht. Ich muss alle testen. Gerade auf jeden Fall zwei Videos gemacht. Aber zweimal meine Stimme nicht mit dabei. Sehr, sehr komisch. Jetzt muss ich auf meinen Kollegen warten. Verdammt. Mein Livestream ist verdammt. Egal, da wird schon klappen. Hauptsache wäre schon wieder eine Tagesquest abgeschlossen. Vielleicht kriegen wir jetzt mal eine geile Montur wieder, weil wir ja letztes Mal hatten. Oder mal wieder ein schönes Reitier. Haben wir auf jeden Fall nichts gegen. So, Boris ist heute echt aggressiv unterwegs. Ich darf den nicht alleine lassen, sonst stört der ja die ganzen Zäune. Er reitet da immer kreuz und quer durch. So. Auf jeden Fall, wenn es mit Elgato klappt, versuchen wir da mit einem Livestream zu machen. Dann zockt man eine Runde Fortnite. Ist ja noch früh, ne? So, Reda, was geht, mein Bro? Auf jeden Fall. Was bekommt man jetzt schon wieder diesen Chill von Antigonus? Verdammt. Seltener Schild. Aber Reda, Dankeschön. Meine lieben Homies, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Teil des Quests. Habt ihr gesehen, Reda hat euch gewinkt. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Alle, die mit am Start sind, alle, die abonniert haben, Dankeschön nochmal. Wir hören uns. Auf Wiedersehen.